Die letzten Stufen, doch nicht. Ah, Mist. Und wir laufen jetzt zum südlichsten Punkt des Markets. Das sind jetzt zwei Stunden. Die wir natürlich locker vom Hocker in eineinhalb Stunden fahren. Na klar. Wenn sogar eine Stunde. So, jetzt registrieren wir uns hier. Jetzt haben wir uns hier eingetragen und falls wir verloren gehen, kommen wir uns und suchen. Hier ist jetzt richtig dicker Dschungel auf dem Weg. Und Schlamm. Und Dschungel. Die Steppe. Kommt vom Wald auf eine Lichtung und dann wieder in einen Wald und wieder in eine Lichtung. Wird hier über einen Steg durch den Sumpf geleitet, der allerdings im Moment trocken ist. Und die Pflanzen sind hier so wie in der Hochheide. Hier ist wieder komplett europäische Vegetation. Und dann kommt man ein Stück weiter in den Wald und da ist dann wieder Dschungel. Das ist total abgefahren. Jetzt hört man langsam schon das Meer. Die sind fast da. Kennst du noch? Mhm. Klar. Klar. Vielleicht sind geradeaus laufen. Ja, natürlich. Das sieht schon abgefahren hier aus. Die letzten Stufen. Doch nicht. Na, Mist. Da hab ich präsentieren. Der Arsch der Welt. Aber ein wunderschöner. Also hier gibt es jetzt nur noch mehr und dann kommt die Antarktis. Hier hört die Welt auf. Das ist die Nummer. Das ist der südlichste Zipfel da, der hier. Da kommt man nur leider nicht hin, wie man sieht. Das ist Hals-Urwald und Klippe. Da nimmt man hier so einen Stein und legt den hier oben drauf. Das ist so ein Wandererbrauch. Ein einsamer Strand. Der letzte Strand. Und ein kleines Päuschen. Jetzt essen wir uns ein Bananchen. Und dann gehst du wieder zurück. Zeit für das tägliche Tier. Unsere erste Schlamme. Eine Babyschlamme. Abgefahren. Wir sind mittlerweile auf dem Weg zurück vom Ende der Welt, wieder in die Mitte von Tasmanien. Also jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg zurück zur Fähre, die wir in zwei Tagen nehmen. Und jetzt gerade fahren wir hier an so einem ultra krassen Waldbrand vorbei. Hier stinkt es auch schon voll. Krass. Wir sind endlich im nächsten National Park angekommen, in Mount Field National Park. Bla bla bla. Kann man das immer nicht merken. Der heißt Mount Field National. Achso, er heißt Mount Field National Park. Und hier ist wieder ein exzellenter Campground und das absolute Highlight an diesem Campground hier ist gratis heiße Duschen. Die sind im Camp Preis von 16 Dollar die Nacht inklusive. Das ist richtig hammergeil. Und jetzt haben wir hier so einen schönen Platz. Und direkt neben unserem Platz hier gibt es wieder heiße Kochfelder und es gibt eine Spüle mit heißem Wasser. Das ist absoluter Luxus hier. Und man kann hier unter diesem Shelter sitzen. Heißes Wasser. Hier hat man heiße Platten wieder zum Kochen. Absolut genial. Also wirklich einer der besten Campgrounds, die wir bis jetzt hatten. Top. Und total schön gelegen. Also wirklich. Hier läuft direkt so ein kleiner Fluss entlang. Ich weiß nicht, sieht man das? Ja, sieht man das. So, hier ist der Fluss. Und hier steht unser Auto. Und wir haben auch direkt einen Tisch und eine Bank. Absolut geil. Und da hinten, da hinten, ich habe jetzt keinen Bock darüber zu laufen, gibt es Lagerfeuer. Und? Und? Es gibt hier heißes Wasser, wenn man Sachen waschen will. Das habe ich schon gerade erzählt. Und da hinten lodert ein Lagerfeuer. Genial. Also totale Begeisterung. Ja. Wir machen uns jetzt was zu essen. Und heute gibt es? Heute gibt es. Oh, wir haben hier was ganz... Schokoladenkuchen mit Soße. Die muss man im Wasser heiß machen. Dann gibt es Hühnchenschenkel mit Gemüse und ein bisschen Salat. Ne? Das ist das Abendessen. Auf jeden Fall freue ich mich hier auf diese Viecher. Und jetzt kochen wir. Und dann ist es nämlich auch schon dunkel. Wir haben jetzt 20 vor 6, glaube ich. Um 6 ist es wieder dunkel. Gut. Das ist unser Abend. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Ciao.